einen schönen guten tag heute laufen wir mal durch rellinghausen in essen und die den fern 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 das ist samstags 16.15 und wir haben um die 9 Grad 14.15 und wir haben um die 9 Grad und wir haben um die 9 Grad Untertitelung des ZDF, 2020 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 das mache ich jetzt ganz schnell und geschafft hier ist hoffmeister und die gab es schon als ich damals ein kind war in den sechzigern da haben meine großeltern eingekauft und die haben sich bis heute gehalten das ist unglaublich man weiß es nicht ob das nur der name ist ja ja also das ist ja 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 ich meine das hier wäre früher mal der kirmesplatz gewesen aber einmal im jahr eine dorfkirmes wenn ich hier meinem opa hin das heißt der mit mir das war immer wunderbar heute scheint mir das ein riesen parkplatz zu sein früher bei rellinghausen eine bergarbeiter siedlung weil es hier reichlich zechen gab hier im essener süden fing nämlich der bergbau an und der hat sich dann langsam in den norden hochgefressen und damals war es so dass man zechen gebaut hat um kohle zu fördern und drumherum ganz in der nähe eben die arbeiter behausungen damit die gleich in der nähe waren ist natürlich alles länger her hier drüben ist diese typische ruhrgebiets häuser ruhrgebietshäuser die gab es früher reichlich überall der münzenrohrgebietshäuser aber es sind sehr viele im krieg weggebombt worden stattdessen hat man gesichtslose neubauten gemacht und die gehen noch das da drüben zum beispiel das ist typisch 50er jahre trist die wurden nach dem krieg hochgezogen die Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und das hier war früher die Bergarbeitersiedlung. Die Häuser sahen früher alle gleich aus, aber keins anders als das andere. Und in den 70ern könnte man die kaufen. Und daraufhin, so sahen die früher aus. Und in den 70ern hat dann eben jeder, der so ein Haus gekauft hat, sieht das irgendwie individuell hergerichtet. Und dadurch hat man jetzt eben eine gewisse Diversität hier reingebracht. Und das hier, worauf wir jetzt zulaufen, das war früher eine Schule. Da gab es noch nicht so viele verschiedene Schuleformen wie heute. Da sind die Kinder einfach alle zur Schule gegangen, bis sie fertig waren. Und die war gut. Also wenn ich den Erzählungen meines Vaters glauben kann, der war da nämlich. Und da wurde denen einiges beigebracht. Auch praktische Sachen. Heute, also es ist schon lange keine Schule mehr. Das ist ein Kunsthaus. Da sind Ausstellungen drin. Und Künstlern halt, alles Mögliche. Überall Vorgärten. Aber es ist auch so, dass hier diese alten Werkarbeiterhäuser um ein großes Areal rumstanden. Ein Hinterhof. Und das war noch nicht so wie heute, dass man sich da relaxen konnte. Und so weiter. Sondern da hatte jeder seine Parzelle. Es gab da auch keine Begrenzung. Das war einfach ein riesengroßes Grundstück. Und jeder hatte seine Parzelle. Und hat da Lebensmittel angebaut. Gemüse.